Es gab ein Gemeinschaftsraum, Männer und Frauen, Männer und Frauen, Jung und Alt, Saal gemischt. Männer und Frauen, Jung und Alt, Saal gemischt. Männer und Frauen, Männer und Frauen, Jung und Alt, Männer und Frauen, Männer und Frauen, Jung und Alt, leicht gekleidet, also ganz verrückte Sachen. Männer und Frauen, Jung und Alt. Alle Türen waren offen, es gab gar keine Türen da. Männer und Frauen, Jung und Alt, sie kamen jeden Mittag um halb zwei. Männer und Frauen, Jung und Alt. Sie sagten natürlich Fick mich, aber wie sie es sagten, passt auf sie sagten Fick mich, Fick mich. Männer und Frauen, Fick mich. Männer und Frauen, Fick mich. Bitte Fick mich. Männer und Frauen, bitte. Männer und Frauen, um halb zwei. Männer und Frauen. Frauen, um halb zwei. Frauen, um halb zwei.